Ich bin die Hanna und ich zeige euch heute die Eigentrüfung in Musik an der Bar für Blitzen. Herzlich Willkommen im Musiksal der Bar für Blitzen. Los geht's! Als erste Übung müssen die Kandidaten zwei Motive nachsingen. Na 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 Nun sind die Intervalle an der Reihe. Na 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 Der dritte Bereich ist das Nachklatschen von geraden und ungeraden Rhythmen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Die nächste Aufgabe ist die Gestaltung eines Runders. Dazu lernen wir gemeinsam einen Rhythmus. Der geht so. Dieser Rhythmus kommt immer wieder dazwischen im pulsieren der einzelnen Kandidaten. Die letzte Übung ist das Finken von Einzeltönen nach Gehör. Da geht es. Untertitelung des ZDF, 2020